Ich habe mal in medizinische Fachbücher nachgeschaut. Becken ist gleich bei Frau Gynäkologie und bei Männern ist es gleich auch wieder Blasen, Prostata und das ganze Urologische. Aber das Becken, das ist nicht einmal als Extrakapitel richtig definiert, Kreuzbein und Becken. Und das ist vernachlässigt, wie die Pilze im Wald, wo wir doch alle so ganzheitlich wollen und empfinden. Und da ist das unversorgt. Das knöcherne Becken. Das, was trägt. Genau, der Rohbau. Der Ziegel. Nix.